hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von arc craft es begrüßt euch mir lena und schön dass ihr wieder mit dabei seid ich war unterwegs und habe noch ein bisschen holz gesammelt und auf dem weg dorthin ist mir etwas über den weg gelaufen worüber ich gerade glaube ich die folge davor auch gesprochen habe die habe ich nämlich so noch gar nicht gesehen aber hier blende ich euch das mal eben ein also kann man die auch einfach in der freien wildbahn anfangen und erzählt dann auch schon mal später für die aufgabe so genau dann war ich ein bisschen holz sammeln und habe nun hoffentlich die erforderlichen ach ne quatsch moment so da war ja noch eine andere sache das habe ich jetzt aber gar nicht groß mit aufgenommen irgendwie da habe ich einfach zwei mal zwei fundamente hier hingestellt sowieso risches dach hier drüber und dann sechs von den containern und habe hier schon mal so alles rein getan wie ich das später für die aufgabe brauche diese sachen die sind noch nicht vollständig also die sind vollständig von der art glaube ich die ich brauche vielleicht fehlt dann noch eine sache aber ich brauche von allem 100 wenn ich mich nicht irre bedeutet hier habe ich schon mal die äpfel habe ich und meist habe ich schon mal fertig hier genau dieselbe geschichte 200 stein und von allem anderen glaube ich auch 100 wobei wie gesagt die zahlen sind jetzt auch gar nicht wichtig geht nur darum dass ich das einfach aufgeteilt habe hier kommen dann das ganze saatgut rein hier kommt ja was kommt da eigentlich rein ich glaube hier kommen die tiere rein wie büffel und so weiter davon habe ich halt wirklich noch gar nichts und dann kommt hier der container mit der kleidung und so weiter aber da mache ich dann einfach eine separate folge wo ich dann erstmal schon mal einmal von jedem rein zu und ja weil bei der kleidung brauche ich zum beispiel auch manchmal nur 20 davon aber einfach der vollständigkeit halber damit ich dann genau weiß was wovon wie viel weil das kann ich dann vielleicht ja auch offline einfach weitermachen wenn wir das schon einmal in der folge hatten werde ich mir dann spontan überlegen so der gefangene rehbock ist das was ich euch gerade eingeblendet habe und das war auch genau da wo ich holz besorgt habe ich glaube karte habe ich wahrscheinlich eingeblendet falls nicht das war wirklich nur hier um die ecke wenn man hinterm dorf eigentlich da wo ich mein lager gebaut habe in der ersten folge also wenn man hier hinterher vorbei läuft da drüben da sind die rumgelaufen ok und dann war ich noch mal beim stamm und habe mir auch das besorgt was ich da brauche einmal den junghahn das küken gefangener eber gefangenes ferkel die habe ich einfach von mir denn es ist irgendwie doch manchmal nicht so wie ich dachte sondern wenn wir unsere jungtiere auch wenn da jetzt junger eber dran steht wenn wir den fangen steht da einfach gefangener eber genau also die sind praktisch von und mir die kleinen die rieke die hatte ich ja schon vorher die folge und das schaf und auch der weder die sind einfach hier aus dem dorf dort sind ja mittlerweile mehr als genug wo ich gerade die federn sehe das ist die nächste baustelle da habe ich also ein bisschen mais angebaut glaube ich auch gerade wieder und habe hier schon mal ein paar federn hergestellt um mir dann bei bedarf ist schon bedarf ja ich glaube ich glaube schon dann auch feile selber herstellen zu können musste hier wieder ganz schön viele schweine erledigen und ich muss ja sagen ich muss auch ganz schön viele schafe wieder erledigen noch ein weiter direkt würde so aber heute geht es dann in die salzmine dann kommt hoffentlich der trockenständer und ich werde angeln das ist so in etwa der plan für heute der rest kommt wieder hier rein so leben holen müsste ich theoretisch auch aber ganz ehrlich also das muss warten oder ich krieg's halt dann auch wirklich hier ist noch ein bisschen aber vielleicht brauche ich das auch noch irgendwie wichtig für irgendwas eben noch die trauben weg legen so reparatur kram bitte sicherheitshalber noch ein wenig und dann kann es auch schon losgehen meinetwegen ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen oh ja super wichtig halt stopp kommando zurück ich habe hier ein bisschen was hergestellt damit ich hier bevor ich gehe schon mal etwas in die Fallen tun kann das wäre dann praktisch mein mein erster Test ob wir die Fallen hier einfach stehen lassen können denn wie ich auch mittlerweile weiß bekommen wir da und der Hahn hat ja eine interessante Farbe ach die Henne Mensch die ist einfach von den Schlümpfen ja bevor ich die abreiße ich meine wenn nix passiert dann passiert halt nix aber dann weiß ich das wenigstens schon mal was wollte ich denn hier wahrscheinlich das hier hm kein Kommentar es ist einfach nicht fangen wie keine Ahnung bei soulmask oder whatever dass die da wirklich reinkommen sondern man stellt sie sich einfach an der Falle her gehe ich gar nicht mehr okay ich werde irgendwann wenn ich Bock habe werde ich die Fallen woanders hinstellen damit die hier einfach nicht so blöd im Weg rumstehen glaube ich hätte hier lieber auch die Baustelle werde die dann wahrscheinlich einfach da hinten irgendwo hinstellen hinter da hinter hinter die Schneiderei so und dann habe ich noch hier für einen aus der Kategorie benötigen wir nur den Büffel ja und während die Geschichte läuft werde ich erstmal was futtern und dann geht es rüber ja ich gehe rüber in die Salzmine erstmal so hier bin ich wieder wo ich war in der in irgendeiner Folge vor zwei Folgen in etwa wo ich dann wieder zurückgegangen bin und dann da drüben im Regenwald die Pilze gefunden habe auf der Karte also hier dann müsste dort einmal rüber dann die Salzmine sein oh ja kann sie sich schon von hier sehen wir sehen uns dann einfach direkt drüben natürlich erwartet uns dort auch wieder ein Bär ich wollte ja Pelz haben ich muss vorher aber einmal speichern in der Hoffnung dass der einfach gar nicht rankommt hier an mich naja und wenn doch dann wechsle ich halt auf den Speer oh Gott ich mache dem gar nicht mal so viel Schaden okay ich liebe den Bogen aber ja sowieso schon immer in jedem Spiel auch oh ne das gab auch nur einmal Pelz ärgerlich gut die drinnen sind aber wahrscheinlich eh wieder die anderen Gegner erstmal Weg wieder freiräumen also diese dreiköpfigen Viecher wahrscheinlich einer schon mal und noch einer da muss ich erstmal direkt ein Foto machen so und dann rein da in die gute Stube ich hoffe ich werde direkt hier vorne was finden ja ich glaube ich sehe das schon ein wenig damit ich nicht so viel kämpfen muss okay direkt mein Ziel bitte oi richtig viel sogar bekommen direkt perfekt so okay hier auch noch kein Alarm vom Ding her sind die aber alle gleich wahrscheinlich einfach um die nächste Ecke dann auch schon direkt ah hab ich mich hab ich mich erschrocken das ist auch nicht das ist nicht dreiköpfig aua 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 schlag doch das ist definitiv nicht dreiköpfig heiliger Strohsack Hilfe was hat der dabei gehabt Elixier kann in Hotbar verwendet werden oh heilt mich sofort guck mal direkt her ich meine ist nicht besonders vertrauenswürdig aber gebe ich mir trotzdem hinter die Birne boah hab ich ein Glück dass der nicht so viel Schaden gemacht hat mein Charakter war einfach komplett unfähig also ich geil boah hier ist alles voll ja dann nehme ich direkt noch ein bisschen was mit und dann geht es erstmal wieder zurück denn ich hätte heute auch gerne schon ein paar Fische das wäre schon geil 300 also wir brauchen bestimmt zum Herstellen vom Fisch dann ja immer jeweils immer keine Ahnung 2, 3, 5 Stücke mit diesem Schulternteil sehe ich irgendwie aus als hätte ich so ein schlecht sitzendes Jackett an gefällt mir überhaupt nicht aber na gut was willst du machen ok dann nur eben gucken ob hier noch irgendwo eine Truhe leuchtet und dann raus hier nochmal ein Speer auswählen ich traue der ganzen Nummer nicht geil ich bekomme hier überall Spitzhacken die ich nicht brauche ok so dann will ich aber mal hoffen dass der Bär nicht schon wieder oben da rumlungert wie viel habe ich jetzt mit 560 ich habe wieder ein paar Lederhemden bekommen Hühnersuppe und Kaffee ja perfekt ach wartet mal der Kaffee der macht auch EP und Durst geil dann brauche ich den ja gar nicht in meine Schränke verbannen ok erstmal wieder zurück ich sehe gerade ich kann schon sehen dass die Tiere dort drin sind in den Käfigen ja betäubtes Kaninchen haben wir hier betäubter Büffel und hier betäubtes Ringe ok perfekt ich glaube ich muss sie direkt holen weil da geht es um Balken runter dann werde ich mal schnell auspacken so dann bin ich mal gespannt ne wartet mal fangen sie den ok habe ich getan ich habe in meinem Adventure ein betäubtes Kaninchen hat die Frage sollen wir das so machen dass wir zwei davon in ein Gehege packen und wenn die sich vermehren dass wir das Jungtier dann davon fangen oder wie haben die sich das vorgestellt denn ich brauche ein Gefangenis hatten wir schon mal das Thema hey Huhn was ist mit dir geil also die Hände hätte ich auch einfach hier fangen können bei mir wenn die dann später groß sind hm 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 kann halt nicht beeinflussen ob wir Männchen oder Weibchen bekommen oder ob das hier überhaupt geht ich habe keine Ahnung überlege jetzt einfach nur ein bisschen das werde ich ja jetzt überall haben das Problem hatte ich ja aber schon angesprochen weil das halt einfach auch da steht gut 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 ich werde die natürlich erst mal wegpacken vielleicht gehen die ja doch oder ich muss warten bis sie wieder wach werden kann die dann einfangen werde ich auch noch ausprobieren ich wollte jetzt erst mal überhaupt gucken wie das mit den Fallen funktioniert aber das hätte ich mir auch wirklich denken können äh Quatsch ich glaube der kommt hier rüber und ich glaube die beiden sind schon von der anderen Kategorie bei dem Rind bin ich mir nicht sicher so aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht tun ich finde das irgendwie lustig wenn die Tiere glaube ich hier über meine Felder laufen dann wird das irgendwie auch abgeerntet ein bisschen kontraproduktiv jetzt liegt das nämlich hier und ich kann das nicht mehr automatisch einsammeln oder ich war vorhin zu nah dran oder whatever finde ich komisch manchmal droppt halt auch einfach ein Apfel in meinem Inventar das können ja eigentlich nur die Viecher sein die hier rumlaufen Judy meine Angel und dann die Würmer ich muss kurz überlegen wo ich das überhaupt finde und dann bin ich gespannt wie das überhaupt funktioniert erstmal ab ans Wasser so dann bitte die Angel ausrüsten ich habe keine Ahnung ob der die Würmer automatisch nimmt gehe ich jetzt einfach erstmal von aus und dann wie angeln wir denn ich weiß gar nicht was ich getan habe linke Maustaste glaube ich nebenbei kann ich trinken ich sehe oh ich darf mich scheinbar nicht bewegen ja also linke Maustaste werfe ich schon mal aus halt oh das war jetzt aber unerwartet einfach einfach nochmal linke Maustaste drücken wenn sich da vorne der Schwimmer bewegt da brauche ich auch nicht einholen oder whatever sondern wirklich nur einmal schippen das ist ja cool mal gucken ob die gestapelt werden wir haben hier einfach Fisch einfach Fisch gut kann ich ja mal ein Foto machen Moment ich brauche hier ein bisschen Grünzeug ja also das geht wirklich super easy direkt mal gucken ob ich dann auch Würmer verbrauche ja verbrauche ich einfach automatisch wie schnell das halt einfach geht ne das landet gerade mal so erst da drin dann beißen die Fische schon an dann will ich mich auch nicht drüber beschweren besser als wir hier Stunden rumzustehen wie viele haben wir denn wir haben 10 Stück dann würde ich sagen her mit dem Trockengestell dafür muss ich wieder ein bisschen Salz holen erstmal und dann rüber an die Werkbank boah ist schon nervig ein bisschen manchmal hier sind so viele Tiere in meinem Haus vor allen Dingen so was brauche ich dafür wenn ich noch irgendwas brauche hole ich das eben schnell damit ich hier nicht so hin und her laufe geht es dann direkt weiter wenn ich das Material zusammen habe okay ich habe aber alles hier je nachdem würde ich mir eventuell ein zweites davon machen aber nun erstmal gucken wo stelle ich dich überhaupt hin hier direkt oder okay wir haben getrocknetes Fleisch schon mal hier und geräuchertes Fleisch wir brauchen aber tatsächlich nur oh da habe ich auch eine eine Station habe ich vergessen warte jetzt mal ich mache mir dann direkt noch ein dann muss ich glaube ich getrockneten Fisch muss ich irgendwo freischalten fahre ich mich gleich um erst mal müssen wir noch den Schritt hier machen davon nehme ich mir schon mal was mit und dann müssen wir an den Mörtel Jen da dran mache ich überhaupt erst mal das Salz das Salz das ich dafür verwenden kann okay dann würde ich das Fleisch schon mal reinlegen und dann sehen wir uns hier bitte nochmal um wir haben hier große Anbaufläche Zitrone Tee Gewürze das ist nicht wirklich was ich hier brauche ich finde gerade nicht wirklich etwas dazu also bitte nochmal genau hier umschauen ich suche das mal eben wir sehen uns einfach gleich wenn ich das gefunden habe hoffentlich ich habe auf jeden Fall gerade den Käse gefunden da hatte ich mich doch schon gefragt woran ich den wohl herstelle es ist die Presswalze dort wo wir auch das Schmierfett herstellen zur Reparatur da hat man dann Olivenöl Wein Käse also was wir definitiv brauchen ist der Käse aber ich glaube auch wir brauchen Olivenöl ich habe gerade die Bilder nicht offen hatte ich nur in der Folge davor aber ich meine schon und dann suche ich nun erstmal den Fisch weiter ich will nur mal eben rüber gehen und gucken wie genau ob das geräucherter oder gebratener Fisch ok dann halt stopp dann vielleicht sogar am Lagerfeuer da bin ich ja dann komplett verkehrt oh ja gebratener Fisch bäm gut so viel schon mal dazu da muss ich aber definitiv noch mehr angeln aber es ist ja wirklich easy peasy die ganze Geschichte klar dass wir kein besseres Feuer haben was wir dann auch reinstellen können oder dass wir es einfach am Kamin machen können das wäre auch super so dafür brauchen wir dann auch kein Salz also für die ursprüngliche Geschichte weswegen ich eigentlich los bin wäre das gar nicht nötig gewesen gut gebratener Fisch ähm dies das Ananas haben wir also erledigt ich bin gerade am überlegen ich würde glaube ich nicht so viele neue Sachen hier gerne mit reinnehmen also würde ich mir doch eventuell ein paar Bretter holen ich könnte mir auch noch ein paar Bretter herstellen und dann nehme ich mir aber hier auch schon ein bisschen was mit und würde halt Kommando zurück die Baustelle wird jetzt hier hingestellt als erstes mal denn dafür habe ich ja schon gesammelt die ganze Zeit und dann würde ich einfach nur ein paar Möbel ins Wohnzimmer stellen denke ich mal so meine Nägel und dann glaube ich noch Seile dann werden wir die Baustelle einfach hier schon mal hinstellen denke mal einfach auf die fette freie Fläche hier ich weiß halt nicht wie jetzt stopp ich brauche erstmal den Bauplan ich weiß nicht wie groß das Teil wird aber es dürfte doch sehr groß werden alles dabei jo obwohl geht eigentlich voll ist gar nicht so wie sich dann ne lieber hier hin errichten wir doch mal unsere Baustelle Aufgabe erfüllt alle Teile der Reihe nach dem Plan anbringen okay also der Reihe ist hier 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter oh je da haben wir jetzt aber ne Menge zu tun okay das ist ja wirklich perfekt wo habe ich das denn bitte her wo ich das gerade durch die Aufgabe bekommen hergestellt aus Holz im Brennofen okay also ich habe schon gesehen dafür brauche ich hier direkt viel mehr und hier brauche ich auch die Bretter welche Bretter sind das eben mal gucken wir haben ja zwei verschiedene Farben wäre super wenn es Ahorn wäre davon habe ich eh voll viel könnte sogar sein andere ist nämlich glaube ich ein bisschen ja ist Ahorn Chibi Chibi direkt ach was davon herstellen aber ich habe drüben ich bin schon noch 500 das ist nämlich der Wald in dem ich hier gerade sowieso bin also die Bäume ja und dann nimmt das hier ganz schön Fahrt auf ich bin nur wirklich sehr gespannt wie diese Geschichte funktioniert also wir werden nach dem Bau der Arche Save die Mission bekommen dass wir die Sachen besorgen sollen die drüben sind noch auf der Baustelle und bis dahin habe ich hoffentlich schon herausgefunden wie die Geschichte funktioniert mit dem mit den anderen Tieren oder ob das eventuell zählt also egal ob das nun Betäubte sind oder nicht aber wie gesagt ich könnte mir vorstellen dass wir selber ein Gehege dafür machen müssen die sich dann erstmal vermehren und wir dann davon halt immer einfangen müssen danach können wir die dann einfach erledigen oder what und beim Büffel bin ich mir auch nicht sicher denn Büffel haben wir ja hier auf der Karte so perfekt ich habe eh gerade voll viele davon kann ich mal welche holen und da schon mal ein bisschen was hiervon herstellen ich habe hier schon nämlich 999 werde wahrscheinlich offline ich glaube ich brauche nur ein bisschen Holz und ein bisschen Lehm aber in Folge 2 oder 3 waren wir ja unterwegs und haben dort Büffel gesehen ich habe nur keine jungen Büffel gesehen aber bei anderen Tieren ist es halt auch nicht wichtig ob jung oder oder nicht gut dann irgendwann bald werden wir uns auch an diese Geschichte hier machen was ich so farblich glaube ich gesehen habe wir brauchen definitiv dieses hier also brauche ich viel von von dem gewebten Tuch dafür brauche ich viel Garn dafür können wir das hier erstmal aufbrauchen aber ne warte jetzt mal es gibt gar nicht so viel Baumwolle Baumwolle kann ich mir tauschen die könnten wir ja auch schon mal anbauen damit wir nicht so sehr darauf angewiesen sind aber ich habe ja auch eh noch keine Schafe selber darum würde ich mich dann auch noch kümmern die bräuchten aber ein separates Gehege denn da vorne ist schon ein bisschen voll die Hütte aber ich würde sagen das fange ich dann auch erst in der nächsten Folge an mal eben gucken ich habe 22 von dem Erz mittlerweile und glaube brauche nur einen und bekomme dann irgendwie so 5 Samen mehr oder weniger 10 sogar ja chibi chibi davon brauchen wir auch sowieso das Saatgut also passt das super dann würde ich nämlich das Saatgut sammeln für die Quest die später kommt und würde nebenbei dann ja noch Material bekommen um dann wiederum Garn daraus machen zu können ok und natürlich muss ich auch ab und an noch rüber in die Stadt denn ja es ist wirklich deutlich weniger geworden dass die sich vermehren aber meiner Meinung nach könnte das noch ein bisschen weiter runter denn ich tue fast nichts als Tiere erledigen offline klar kloppe ich auch noch ein bisschen Holz und sowas alles nebenbei aber äh es sind doch schon immer noch recht viele guti und dann habe ich mal wieder keinen Plan wie lange diese Folge hier eigentlich wird aber egal ob ein bisschen kürzer oder mal wieder ein bisschen länger ich denke es geht dann in der nächsten Folge weiter ich würde eigentlich ungern irgendwie was Neues anfangen wobei halt 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 wurde ja von dem Schiffsbau unterbrochen das will ich jetzt doch eben schnell noch machen dann ist aber wirklich Feierabend Moment ich glaube ich brauche noch ein bisschen Feuerstein ich will hier zumindest eine Couch haben und irgendwie ja ich weiß auch noch nicht mal gucken was wir da so haben erstmal werde ich die Treppe kaputt machen damit der Kamin hier genau in die Mitte kommt und das Bett würde ich hier auch erstmal irgendwo verschwinden lassen brauche meine Deko Tafel habe ich noch im Inventar okay mach mal an da boah direkt voll freundlich hier so dann hätte ich aber gerne noch zum Beispiel so ein Tisch eventuell sehe ich auch gerade ich könnte mir direkt ein Bett hier hinstellen das werde ich erstmal hier so in die Ecke mal verbannen und wenn ich mir das auch gleich markieren kann dann würde ich das andere nämlich abreißen dann früher oder später ja mega hoppala ich drücke die ganze falsche Taste okay ich brauche gar nicht dekorativ irgendwie was hinlegen wir haben hier ja voll viele Teppiche später mal gucken Schränke hier aussehen hier habe ich ja so eine ganze Wand haben wir noch irgendwie was für die Wand wo ich dann keinen Stoff für brauche Umfänger wichtig ja hier zum Beispiel einfach so ein paar Masken ok also man kann sich das doch ein wenig gemütlich machen hoppala muss aber wirklich auch überall dann hier einzeln die Sachen einschalten vor allen Dingen wird es halt auch einfach gar nicht dunkel ja erst wenn ich das Dach dann hier drauf mache boah mega gemütlich fehlt nur noch ein Teppich guti aber es gibt erstmal wichtigere Sachen und darum kümmere ich mich dann in der nächsten Folge und jetzt werde ich mich von euch verabschieden hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei schreibt mir gerne etwas in die Kommentare ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit ö bis es bei Europa bin ja vor o born b arm com web